Hi, Sonnenschein! Mein Name ist Horst Wenzel und ich leite die Flirt-University hier in Köln. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du am allerleichtesten vorankommst. Coaching ist was, das bringt dich sicher zu deinen Zielen. Zumindest ist das so unsere Definition davon, dass wir dir vielleicht in der Partnersuche helfen oder wenn du dich einsam fühlst und bist Single und willst das irgendwie ändern, willst neue Leute kennenlernen, suchst eine Freundschaft Plus, dann können wir dir helfen, dich sicher an dein Ziel zu bringen. Für viele ist Coaching aber auch nicht finanzierbar. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das Wissen und die Methodik quasi für jedermann auch bezahlbar machen. Und da haben wir unser Masterprogramm entwickelt. Das wächst gerade rapide und ich wollte dir hier einfach mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Also schau rein! Häufige Probleme, vielleicht hast du ein paar davon oder irgendwas trifft auf dich zu. Du bist vielleicht schüchtern und wirst es überwinden. Du hast aktuelle Ansprechangst, traust dich nicht auf andere zuzugehen, sei es in Alltagssituationen oder vielleicht im Nachtleben. Du hast vielleicht soziale Phobien, hast schlechte Vorerfahrungen gesammelt, hast vielleicht eine harte Kindheit. Dann ein Problem, was ganz, ganz viele Singles haben, ist halt so, ja, nicht wissen, was man sagen soll. Da steht man vor wem, den man interessant findet und einem fehlen einfach die Worte. Vielleicht hast du aber auch aktuell einfach zu wenig neue soziale Kontakte. Landest in der vielbeschworenen Freundschaftszone. Also andere Menschen finde ich vielleicht irgendwie ganz nett so, aber es kommt irgendwie zu wenig Sex und, naja, geschweige denn irgendwie zu einer Beziehung, die wirklich für dich funktioniert. Vielleicht hast du aber auch noch einfach sehr wenig Beziehungserfahrung und hast dich sehr wenig ausprobiert in dem Bereich. Vielleicht fehlt dir aber auch die Anziehung. Ganz häufig sind hier so, habe ich festgestellt, die letzten zwölf Jahre Flirt University haben mir gezeigt, dass bei den meisten Menschen erstmal schon alles vollkommen okay ist, so wie sie sind. Es sind nur meist kleine Fehler, die man macht. Du kannst dir das vorstellen wie bei so einem Uhrwerk, wo quasi einzelne Zahnräder nicht ineinander greifen und dann zeigt die EU hinterher auch nicht das richtige Ergebnis an. So ähnlich, finde ich, ist das oft bei diesem sehr komplexen Bereich Anziehung und irgendwie interessantes Flirten. Da muss viel ineinander greifen, damit wir hier denken, okay, das passt einfach. Und damit Leute halt einfach zusammenfinden. Und gerade bei fehlender Anziehung habe ich auch festgestellt, das sind Bereiche, da ist sich derjenige, Kundinnen wie Kunden, sind sich da oft dem nicht bewusst, was sozusagen das Problem ist. Und hier finde ich es ganz gut, mal von außen so den Blick auf sich zu bekommen und einfach ein sehr ehrliches, schonungsloses Feedback zu kriegen, direkt mit aber auch Handlungsanweisungen, wie man es direkt ändern kann. Das Schöne ist, wir gehen ja den Weg mit dir gemeinsam. Vielleicht ist auch bei dir so das Problem, dass du einfach kaum spannende Dates hast. Das ist sozusagen natürlich auch einfach deine Auswirkung von der fehlenden Anziehung. Man weiß nicht, was man sagen soll. Man ist vielleicht schüchtern, hat Ansprechangst. Also das gipfelt im Endeffekt darin, dass man einfach nicht die spannenden Leute trifft. Und wenn man jemanden da hat, den man vielleicht irgendwie toll findet, dann tut sich nichts und es passiert nichts. Und da haben wir das Masterprogramm geschaffen, um einfach dafür eine Lösung zu bieten. Und zwar, man kann ja alles trainieren. Sowas wie Schüchternheit ist nicht angeboren, deswegen kann man die abtrainieren. So, in jedem Bereich kann man gut werden und das tatsächlich auch beim Flirten und Daten. Also auch hier kann man einfach für sich selbst eine Mastery schaffen und das Ganze trainieren. Wenn du da aktuell noch nicht so viel reißt, hey, kein Problem. Easy, wir nehmen dich mit. Und zwar folgendermaßen. Im Master erhältst du eine optimale Vorbereitung auf dein Datingleben. Du bekommst ein wöchentliches Mentoring. Das heißt, wir sorgen dafür, dass du selbstbewusst und einfach mit der fröhlichen Sicht auf dein Datingleben schaust. Wir arbeiten hier als Flirt University mit vielen Videobeispielen, weil wir glauben, dass man diesem komplexen Bereich des sich kennenlernens, des Flirtens, der Anziehung, dass man den einfach nochmal ein bisschen plastischer machen kann, wenn man das Ganze an Videobeispielen, zum Beispiel von mir, meinen Trainerinnen und Trainern, einfach mal sieht, wenn man uns so über die Schulter schaut. Wir haben für dich Stimmtraining und Stylecoaching mit drin, weil das ein sehr ganzheitlicher Ansatz ist, den wir hier fahren. Wir machen mit dir eine Profiloptimierung deiner Online-Datingprofile, helfen dir bei deinen Chats, sodass diese wirklich auch laufen. Vielleicht hast du auch einen Chat, wo du immer bei wen treffen wolltest und es kam nie wirklich zu einem Date. Da helfen wir dir im Master, einfach da regelmäßig dran zu bleiben und wirklich dann auch die Dates zu bekommen, die du halt haben willst. Wir haben viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dich, wie du Dinge bewältigst in dem Bereich. Und es gibt Checklisten, hier haben wir einen sehr umfangreichen Mitgliederbereich, aber wo wirklich die Musik passiert, das ist hier bei vielen Praxiseinheiten. Du kannst dir das Masterprogramm so vorstellen, wie so eine Art Bahncard 100. Also du kannst quasi einfach an allen Kursen in so einem Programm teilnehmen. Wir haben das Ganze so angelegt, dass sich jede Woche gibt es einen Praxiskurs, an dem du teilnehmen kannst. Kein Mensch kann so viel quasi machen und tun, aber wir als Firma wollen es einfach belohnen, wenn man aktiv ist in dem Bereich, wenn man sagt, ich will da jetzt gerade Gas geben, das hat für mich Priorität. Das Schöne ist, wir haben halt wirklich sehr viele motivierte Menschen in dem Programm, die sich halt gegenseitig pushen in dem Bereich und da sind sehr viele Singles, die dann einfach auch zu den Ergebnissen kommen, die sie haben wollen, weil wir gemeinsam hier Gas geben. Wir glauben, dass eigentlich so die beste Philosophie ist, dass gemeinsam rausgehen, sei es mit unseren Trainerinnen und Trainern, als auch mit unserer Community. Wir haben eine sehr aktive Single-Community, die rausgeht, sich viel trifft, gemeinsam feiern geht, aber auch neue Leute im Alltag kennenlernt gemeinsam. Es macht einfach viel mehr Spaß. Klar kannst du diesen Spaß und diesen Weg auch alleine gehen, aber das ist auf jeden Fall nicht so spaßig und gerade auch Rückschläge, da knackert man meist viel mehr alleine dran, als wenn man einfach in einer lustigen, lockeren Gruppenstimmung unterwegs ist und alle sich gegenseitig hier motivieren und sich auch gegenseitig ergänzen von ihren Fähigkeiten her. Wir arbeiten viel mit Videoanalysen bei den Praxiseinheiten. Das macht das Thema einfach viel plastischer, weil man einfach mal eine Szene anhalten kann und sagen kann, ach, guck mal, das kannst du anders sagen oder achte mal an der Stelle auf deine Körpersprache und dann machst du irgendwas Komisches. Es geht hier hauptsächlich darum, kleine Fehler, die man häufig macht, in der Kommunikation einfach rauszuholen, dass du die zukünftig eben nicht mehr hast und dir ganz konkret zu zeigen, an welchen Stellen kannst du dich verbessern. Wir sehen das tatsächlich, weil das Masterprogramm ist eine langfristige Arbeit an der eigenen Attraktivität, an der eigenen Kommunikation und somit auch am eigenen Datingerfolg. Wir sehen zum Beispiel bei den Videoanalysen, die wir Woche über Woche über Woche mit Leuten machen, dass man sich einfach extrem verbessert. Also jemand, der anfangs kaum ein Wort rausbekommen hat, sehr schüchtern war, dem gelingt es auf einmal locker, ein spannendes Gespräch im Alltag zu führen, wo viel gemeinsam gelacht wird und hinterher Nummern getauscht werden und mir ganz klar ist, ey, das ist jetzt hier ein Riesenerfolg. Das ist halt schön. Also für mich ist das auch immer so das Größte, wenn mal wer mit wem direkt schon auch irgendwie kutscht oder nach Hause geht oder wenn halt ich mit unseren Coaching-Teilnehmerinnen und Coaching-Teilnehmern telefoniere und dann erzählen die mir halt von ihren erfolgreichen Dates oder zum Beispiel von ihrer neuen Beziehung. Das ist das, warum wir das machen. Es geht im Endeffekt darum, dass du mehr Dates bekommst, die einfach auch qualitativ gut sind, die dich voranbringen und wir bereiten diese dann auch mit dir vor. Man bekommt in diesem Masterprogramm tatsächlich einfach mehr guten Sex. Es geht auch viel um Sexualität ganz konkret und auch, wie kommst du dahin? Also auch nicht nur, wie kriegst du jetzt eine Nummer, sondern auch, wie gehst du die letzten Meter halt mit jemandem zum Sex oder halt zu einer Beziehung. Unser Motto ist mehr Liebe im Leben und das versuchen wir auch umzusetzen. Wie ist jetzt sozusagen so der Strang? Jetzt gerade startest du es, du schaust dieses Video. Dann meldest du dich gleich bei uns gerne zu einem kostenfreien Vorgespräch. Hier schauen wir, wie können wir dich am besten voranbringen, wie können wir dich unterstützen mit dem, was du gerade hast und deine Ressourcen optimal auf die Straßen bringen. Dann bekommst du eine Einladung oder Absage danach von uns und selbst übrigens, wenn du eine Absage bekommst, kriegst du von uns ein kleines Geschenk zugeschickt. Also dieses Gespräch zu führen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dich gerade für das Thema Dating interessierst. Weiter geht's. Dann kommen wir sozusagen zu den Praxiseinheiten. Hier ist uns wichtig, dass wir gemeinsam mit dir rausgehen, neue Leute kennenlernen, die immer wieder ein Feedback geben, sodass du dich aktiv beim Flirten und Daten verbessern kannst. Wir legen halt hier viel Wert auf einen sehr natürlichen Ansatz, was so das Flirten und Daten angeht. Und uns ist wichtig, eben sehr ganzheitlich das Thema zu behandeln. Also es geht hier nicht nur darum, dass man irgendwas kleines, isoliertes, verbales lernt, sondern es geht darum, dich einfach als Mensch attraktiver zu machen und kommunikativ besser aufzustellen. Mit dieser langfristigen, intensiven Betreuung steht dann quasi als Ziel bei den meisten, dass sie eine Beziehung bekommen. Manche sagen auch nur, ich fürchte ein, zwei, drei Freundschaft plus haben. Das ist dir komplett überlassen. Du kannst dich da ausleben, wie du willst. Ganz häufiger Werdegang ist, dass die meisten mit ein paar Dates dann im Bett landen und sich da vielleicht auch ein paar Freundschaft plus draus ergeben und häufig bleibt dann meist eine Person hängen, die halt besonders gut passt, so Beziehungsmaterial quasi. Und da entsteht im besten Fall nach ein paar Monaten dann auch eine glückliche Beziehung. Ja, wir haben eine Geld-Zurück-Garantie. Ich möchte dir kurz sagen, wie die funktioniert. Mir ist es ganz wichtig, weil, naja, ich habe halt einen Sinn dahinter. Die Flirt-University ist mein Baby. Das ist so meine Lebensmission. Und wir haben einfach das Versprechen an dich, gefällt dir deine erste Praxiseinheit nicht, bezahlst du uns gar nichts. Einfach nichts. Ist for free. So und alles Mentoring, alles drumherum, kannst du alles mitnehmen, kannst alles haben. Ja, wir wollen wirklich nur mit Kunden arbeiten, die zufrieden sind, wollen nur Leute haben, die sagen, das bringt mir was. Das ist ja auch ein sehr persönliches Thema. Von uns gibt es ein radikal ehrliches Feedback. Wenn man damit nicht umgehen kann oder kann ja auch sein, das ist ein sehr persönliches Thema. Du verstehst dich zum Beispiel mit mir, meinen Trainerinnen und Trainern, verstehst du dich vielleicht persönlich nicht. Okay, cool, dann wollen wir dein Money nicht. Also wir arbeiten nur mit den Leuten, denen es wirklich was bringt und die es halt nach vorne bringt. Darauf basiert auch unser guter Ruf als Flirt-University. Ich finde das klingt ganz fair, oder? Das hat übrigens noch einen ganz geilen Nebeneffekt. So haben wir nämlich im Masterprogramm nur wirklich richtig motivierte Menschen in dem Programm, die alle einfach damit zufrieden sind. Und das Geile ist, hier pusht man sich halt gegenseitig. Also du hast nichts zu verlieren, aber eine ganze Menge zu gewinnen. Kurz zu deinem Vorgespräch, was wir gerne ganz zeitnah führen. Es geht erstmal darum, eine Analyse zu machen. Was sind so deine Baustellen? Bist du für das Masterprogramm geeignet? Hier geht es uns vor allen Dingen um die richtigen Werte, um eine realistische Zielsetzung, die man hat. Und die Frage auch, können wir dir real weiterhelfen? Dann werden wir mit dir besprechen, welches Vorgehen bringt dich jetzt am schnellsten voran? Also was sind so die Schritte, die wirklich gehen müssen, damit sich das in die richtige Richtung entwickelt? Dann gehen wir danach in eine Planungsphase. Da ist die Frage, wie erreichen wir sicher deine Ziele in der Partnersuche? Wie schaffen wir es sozusagen genau, dir die Dinge zu liefern, die dir aktuell vielleicht noch fehlen und die dich von deinem Erfolg abhalten? Und dann geht es natürlich auch ganz konkret in Terminplanung. Also wir gucken einfach, welche Termine passen für dich, zum Beispiel für Styling, für Stimmtraining. Aber auch, wann gehen wir gemeinsam raus? Wo legen wir jetzt als erstes den Fokus? Fangen wir bei der Gesprächsführung an? Geht es bei dir eher um Körpersprache? Geht es eher um das Thema Berührung aufbauen? Oder müssen wir erstmal überhaupt daran arbeiten, dass du so aus deiner Komfortzone und vielleicht irgendwie deiner aktuellen Schüchternheit vielleicht noch rauskommst? Also das ist sehr individuell und da gehen wir mit dir direkt in die Planung und fragen uns, womit fangen wir jetzt als erstes an? Ich bin so froh, dass ich dieses Projekt gestartet habe, Masterprogramm. Ich lade dich hier mit ein, einfach mal einen Monat quasi bei uns reinzuschnuppern. Du hast, wie gesagt, nichts zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen. Wir haben eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, eigentlich, wenn du da jetzt sitzt und bist Single und denkst dir, boah, irgendwie würde ich gerne mehr Dates haben, hätte gerne besseren Sex und such vielleicht eine Partnerin oder einen Partner.